Wir starten die neue Woche mit einem, ja, nicht ganz so kurzen Tabata. Wir machen 1, 2, 3, 4 verschiedene Übungen. Ihr macht erst 8 Runden von der einen Übung, dann geht ihr zur nächsten. Das heißt, ihr macht 20 Sekunden Swings, 10 Sekunden Pause, das ganze 8 Mal. Dann geht ihr zu den Air Squats, macht wieder 20 Sekunden Arbeit, 10 Sekunden Pause, 8 Mal, dann zu den V-Ups, dann zu den Ground to Overhead. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020